Ein gebrauchter Renault Clio steht hier zum Verkauf. Die schwarze Limousine ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 70.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Alufelden, Bordcomputer, ESP, Klimaanlage und noch vieles mehr. Das 5-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 90 PS. Für eine Besichtigung oder Probefahrt steht dieser Renault Clio jederzeit zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020